Hallo zu einem neuen Video. Heute teste ich für euch die Silberblüten von Veko. Eine Rarität hier mit dem älteren Veko Warenzeichen. Das sind kleine Kinderfackeln, die leider schon sehr kaputt sind. Aber dadurch, dass es eine Rarität ist, kann das halt mal passieren. Ich habe jetzt hier eine funktionierende rausgesucht. Hier sieht man nochmal das alte Veko-Logo und dann steht da das übliche drauf. Ich habe zwei verschiedene Chargen. Das sieht man einmal hier oben an der 6. Die sieht unterschiedlich aus. Die hier ist auch etwas dunkler als die, aber eigentlich sind sie gleich. Ja, wir werden jetzt rausgehen und die testen. Silberblüte von Veko. Sehr schöner Effekt. Sehr lange Brenndauer. Wirklich ein sehr, sehr schöner Klasse 1 Artikel. Hier unten ist es auch richtig warm. Jetzt ist es unscharf. Hier unten ist es richtig warm. Das heißt, die brennen bis hier unten durch. Ja, also sehr, sehr schön. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Gut, bis dann.